Das Internet kocht, wir müssen reden und, naja, ich würde sagen, wenn es speziell jetzt um das geht, worüber wir sprechen werden, kocht nicht nur das Internet. Die Welt kocht gerade gefühlt absolut über. Ich denke, das dürfte uns allen bewusst sein. Ich sage jetzt hier nichts weltbewegendes und enthüllendes, ne? Wenn man einfach mitbekommt, was aktuell alles abgeht, ist es schon krass und es ist auch schon schlauchend. Und natürlich ist es super, dass wir alle hier den Luxus haben, nicht physisch involviert zu sein und deswegen auch uns ablenken zu können und mal unsere Energie, was das angeht, pausieren zu können und nach anderen Dingen zu schauen, andere Dinge zu tun. Eigentlich ja auch auf diesem Kanal, aber ich habe jetzt etwas gesehen, was auf Twitter abging. Es wird um die ganze Ritter-Sport-Situation gehen. Ritter-Sport, falls ihr das nicht mitbekommen habt, gehört nicht zu den Firmen, die Russland boykottieren. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Firmen, auch sehr, sehr viele, sehr große Firmen, wie zum Beispiel Zara und auch deren verschiedenen kleineren Unternehmen wie Börschka und was weiß ich, was alles noch zu denen gehört, haben sich ja aus Russland zurückgezogen. Es gibt ja auch zum Beispiel H&M, Ikea, keine Ahnung, also wirklich sehr, sehr viele Unternehmen, sehr viele, auch sehr große Unternehmen haben sich da zurückgezogen. Wenn man sich aber die Begründungen von denen so anschaut, das möchte ich auch anfügen, dann liest man oftmals raus, dass es halt wirklich auch darum ging, dass zum Beispiel Handelsketten einfach zu kompliziert wurden oder dass sie sowieso nur irgendwie 0,1% deren Absatzmarktes ausmachen dort und deswegen, dass sich die Mühe auch nicht lohnt und solche Sachen. Also es ist nicht unbedingt so, als hätten sich jetzt alle Unternehmen, die sich da zurückgezogen haben, das aus altruistischen Gründen gemacht, okay, aber es ist etwas, das sehr, sehr viele Unternehmen machen, manche auch wirklich bewusst aus eben der Moral und es ist natürlich auch etwas, was sehr stark applaudiert wird und Ritter-Sport ist halt eins der Unternehmen, das die Schokolade weiterhin dort verkaufen will. Und sehr viele Leute feiern es, dass sich dort Unternehmen zurückziehen und ein kleinerer Teil dieser Leute attackiert sehr vehement Firmen, die es nicht tun und was solche Privatboykotte, sei ich jetzt mal, angeht, also im Sinne von, das sind keine staatlichen Maßnahmen, wie wir kaufen dort kein Öl mehr oder solche Sachen oder kein Gas mehr, wie sehr das überhaupt fruchtet, werde ich am Ende noch ganz kurz was sagen, weil ich habe tatsächlich mal nachgelesen, wie ist die Situation eigentlich, bringt das was? Aber vorerst mal wirklich zu dieser Situation an sich, ich habe es ja jetzt schon erwähnt, Ritter-Sport will weiterhin die Schokolade dort verkaufen und sie wurden auf Social Media sehr, sehr stark dafür angegangen und kritisiert, weil viele Leute meinten, sie sollten sich dort ebenfalls zurückziehen, dazu anmerken, andere Schokoladenanbieter, sage ich jetzt mal, wie Nestlé oder so, haben sich nicht zurückgezogen. Aber aus irgendeinem Grund haben sich die Leute speziell auf Ritter-Sport sehr, sehr stark eingeschossen, vielleicht auch, weil es ein deutsches Unternehmen ist, ich spreche jetzt hier auch von Social Media Deutschland. Das Ganze ging dann so weit, dass Ritter-Sport das alles nicht mehr ignorieren konnte und dass sie ein Statement zu der Tatsache, dass sie weiterhin Schokolade in Russland verkaufen, gepostet haben. Ritter-Sport Community, wir verurteilen die grausamen Aggressionen der russischen Armee in der Ukraine aufs Schärfste und wünschen uns, genau wie ihr, dass diese endlich aufhört. Ein offener und ehrlicher Austausch mit euch ist uns sehr wichtig, auch jetzt, wo es unbequem ist und wir massiv kritisiert werden. Wir sind ein nachhaltiges, mittelständisches Familienunternehmen mit 1.750 Mitarbeitenden und Produktionsstätten in Deutschland und Österreich. Dabei ist Russland nach Deutschland unser wichtigster Absatzmarkt. Wir stellen uns unserer Verantwortung, die wir für unsere Mitarbeitenden sowie für Familien haben und für die Menschen in der Ukraine empfinden. Uns ist Verantwortungsbewusstsein wichtiger als Gewinn. Daher spenden wir jeglichen Gewinn aus dem laufenden Russlandgeschäft an humanitäre Hilfsorganisationen. Um Arbeitsplätze und auch die Lebensgrundlage von vielen Kakaobauernfamilien zu sichern, liefern wir weiterhin Schokolade für die russische Bevölkerung, haben jedoch sämtliche Investitionen in Russland sowie unsere Werbung bereits seit einigen Wochen gestoppt. Wir sind uns bewusst, dass wir hiermit niemanden umstimmen werden. Uns ist aber wichtig, unsere Beweggründe mit euch offen und ehrlich zu teilen, so wie es von Ritter Sport gewohnt sein. Euer Ritter Sport Team. Ich muss halt sagen, ich habe mir das durchgelesen und lese dann halt eben diesen Satz. Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen mit 1750 Mitarbeitenden. Dann dachte ich mir auch so, kann man das als mittelständisches Familienunternehmen bezeichnen an diesem Punkt? Ich habe dann wirklich mal nachgeschaut, was ist überhaupt die Definition von einem mittelständischen Unternehmen? Und ich habe dann in einem Wirtschaftslexikon folgende Definition gefunden. Nach einer häufig verwendeten Klassifizierung Unternehmensgrößenstruktur gelten Unternehmen mit einem Jahresumsatz von mehr als eine Million Euro, beziehungsweise weniger als 50 Millionen Euro oder mit 10 bis 499 Beschäftigte als mittelständisch. Und dann habe ich mir Ritter Sport mal angeschaut. Sie haben ja selbst gesagt, sie haben 1750 Mitarbeitende in der Firma. Das ist dreimal so viel wie jetzt hier die Maximumangabe für ein mittelständisches Unternehmen. Und dann, selbst wenn man nach dem Monetären gehen würde, eine Million Euro bis maximal 50 Millionen Euro. Wenn man auf Statista schaut, sieht man, dass sie 2020 470 Millionen Euro Nettoumsatz gemacht haben, was ungefähr das Zehnfache von dem Maximum dieser Definition wäre für ein mittelständisches Unternehmen. Also keine Ahnung. Das ist jetzt irgendwie auch nicht super wichtig, aber das war einfach etwas, worüber ich gestolpert bin und mir auch dachte so, hm, drückt man hier ein bisschen auf die Tränendrüse. Aber gut, es ist halt sehr interessant, dass die tatsächlich dann hier angeben, dass nach Deutschland, Russland, deren größter Absatzmarkt ist. Das heißt, ein großer Teil von der Ware, die sie liefern, wird dorthin gehen. Was eben auch bedeutet, ein großer Teil der Leute, die in der Firma arbeiten, sind für diesen Markt zuständig. Sei es jetzt natürlich vor Ort oder irgendwie für Internationales oder innerhalb, keine Ahnung, der Buchhaltung alleine schon. Oder eben die Leute, die den Kakao anbauen, um ihn dorthin zu bringen. Also wäre das ein ziemlich starker Schnitt ins eigene Fleisch, sage ich jetzt einfach mal, für diese Firma diesen Markt aufzugeben. Und wie sie selbst in ihrem Statement erwähnt haben, sind da sehr viele Leute, die dann, würde man diesen Markt wegfallen lassen, halt ihren Job verlieren, die für diese Firma arbeiten und dann halt einfach auf keinen Platz mehr dort hätten, weil das, wofür sie arbeiten, nicht mehr existieren würde. Ist natürlich wirklich schwierig. Also das gebe ich ganz ehrlich zu, dass ich selbst sehe, dass das eine sehr, sehr schwierige Entscheidung sein kann. Und sie sagen dann ja auch, sie spenden den Gewinn aus dem Markt, okay? Man muss ja auch nochmal differenzieren, nicht den Umsatz, sondern den Gewinn aus dem Markt an humanitäre Hilfe. Das heißt, sozusagen sorgt das Russlandgeschäft dafür, dass die Kosten, die es verursacht, weiterhin dadurch natürlich gedeckt werden. Aber alles, was da drüber geht, wird deren Angaben nach an humanitäre Hilfe gegeben. Also sie verdienen nichts daran. Also ein weiterer Aspekt, der da irgendwie eine Dynamik in die Situation reinbringt. Und wäre es jetzt dabei geblieben, hätte ich mich wahrscheinlich auch nicht weiter befasst. Und für mich persönlich hätte ich wahrscheinlich auch gesagt so, ja okay, das ist ein Weg, damit umzugehen. Heute Morgen bin ich allerdings aufgewacht und habe dann etwas gesehen, was mich ziemlich krass schockiert hat, Was mich dann auch erst überhaupt dazu bewegt hat, am Ende doch über die Situation zu sprechen. Weil ich erstens irgendwo meinem Unmut ein bisschen Raum geben will. Und zweitens, ich auch gerne mal irgendwie ein Meinungsbild, was das angeht, abfragen würde. Weil das, was hier gepostet wurde, ist in meinen Augen wirklich krass. Es geht um ein Posting vom Defense of Ukraine Account, okay, auf Twitter. Das ist ein offizieller Account von einer staatlichen Organisation in der Ukraine. Das ist nicht ein Unternehmen, das das gepostet hat. Das ist nicht irgendwie eine Einzelperson, die das gepostet hat. Das ist nicht mal irgendwie ein Minister aus der Regierung, der sich irgendwie so geäußert hat. Sondern das ist der offizielle Account einer staatlichen Organisation. Also ein Teil des Apparates äußert sich hier gerade. Und das hier war der Post. Und das finde ich tatsächlich ziemlich krass. Die haben Rittersport in Hitlersport umbenannt. Man sieht Blödflecken drauf. Dann irgendwie die Anmerkung, dass 153 unschuldige Kinder durch das russische Militär seit Beginn der ganzen Sache irgendwie zu Schaden gekommen sind, beziehungsweise gestorben sind. Ganz klar eine Attacke auf die Firma Rittersport von einer Regierungsorganisation. Und ich habe wirklich aus verschiedenen Gründen ein Problem damit. Also erst einmal, ganz klar, finde ich, ist das sehr weit. Sehr, 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 sehr weit übers Ziel hinaus geschossen. Wenn sie sich jetzt unbedingt dazu äußern wollen und das irgendwie negativ auffassen und dann da irgendwie das behandeln wollen, ist das natürlich deren Ding. Davon kann sie keiner abhalten. Aber die Art und Weise finde ich wirklich krass. Es wurde sich ja auch nicht mal irgendwie allgemein über Firmen geäußert, die den Boykott nicht unterstützen, sondern speziell diese eine Firma rausgepickt. Eine von vielen Firmen, die weiterhin noch ihr Geschäft dort haben. und eine Firma, die im Gegensatz zu den anderen Firmen dort sämtlichen Gewinn spendet. Und keine Frage, ich meine, wenn man die Bilder sieht, es ist furchtbar, es ist krass, die Berichterstattungen. Also man kann nicht mal sagen, so mein Gott, das ist wie in einem Horrorfilm, weil das wäre sogar schon verharmlosend. Es ist wirklich unglaublich, was für super furchtbare Sachen passieren. Doch trotzdem verstehe ich irgendwie nicht genau, was jetzt hier gerade passiert. Und als zweites sehe ich ehrlich gesagt auch diesen Post als deswegen problematisch an, weil es, ich denke, mehr Schaden verursacht hat, als jetzt irgendwie irgendwen für sich zu mobilisieren. Wenn man sich die Kommentare unter dem Post anschaut, ich meine, das sind wirklich krasse Sachen. Twitter lässt ja wirklich sehr, sehr viel zu. Und die Sache bei Twitter ist ja auch, du kannst nichts röschen. Es gibt vielleicht noch die Funktion, Antworten unter einem Tweet auszublenden, aber selbst dann kannst du ausgeblendete Antworten anzeigen klicken und dann werden sie dir trotzdem angezeigt. Also da steht wirklich einfach alles dran, außer die Person selbst, die es geschrieben hat, löscht es wieder. Und das heißt natürlich, dass das ein bisschen wie der Wilder Westen teilweise zugeht. Aber ich meine, das ist ja ein öffentlicher Post, ihr wisst auf einem Account, wenn es euch wirklich interessiert, was die Leute sagen, könnt ihr hingehen und da euch das alles anschauen. Aber was man eben sehr, sehr oft sieht und was auch so die generelle Stimmung ist, ist, dass es sehr viele Leute gegen die Ukraine aufgebracht hat. Und das ist halt aber auch wieder so ein Ding, wo ich mir denke, warum stecken so viele Menschen in so einem super binären Denken fest, dass es entweder so bist du für die eine Seite oder für die andere, ohne sagen zu können, gut, ich finde, diese Seite ist klar im Recht, aber manche Aktionen finde ich extrem scheiße, weil das ist so, wie es mir jetzt zum Beispiel geht mit dieser Situation. Ja, was denkt ihr dazu? Bitte versucht euch in einem gewissen Rahmen zu äußern. Ja, okay, ich will hier nicht den Willigen Westen haben. Ich will hier keine Aufrufe zu irgendeinem Schwachsinn haben, weil, sind wir ganz ehrlich, die Leute, die flüchten, sind immer noch die ganz klaren Opfer. Daran ändert sich hier gar nichts. Aber wie ich jetzt im Laufe des Videos schon geäußert habe, meine persönliche Meinung ist, dass es ziemlich krass ist und in meinen Augen auch ziemlich dumm war. Was vielleicht ein positiver Effekt ist, sage ich jetzt mal, den ich daraus ziehen kann, ist, dass es mir persönlich noch mal ein bisschen die Augen geöffnet hat, ehrlich gesagt. Natürlich sieht man sehr viel Berichterstattung von russischer Seite, da weiß man aber natürlich, dass es heftig manipuliert ist. Und auch von ukrainischer Seite oder ukrainischer Seite ist es natürlich so, dass da vielleicht auch so ein bisschen Propaganda natürlich existiert. Alle vertreten ihre Interessen und wollen sich so gut wie möglich darstellen. Und ja, ich habe definitiv darauf geachtet, wenn ich irgendetwas konsumiere, zu schauen, dass es etwas Überprüftes ist und nicht gesagt wird, ja, hier, die Seite hat das gesagt und wir leiten es jetzt einfach weiter oder die Seite hat das gesagt und wir leiten es jetzt einfach weiter, sondern dass da wirklich gegengecheckt wurde. So, stimmt das? Versucht hier gerade irgendwer seine persönlichen Interessen zu vertreten oder sagt hier jemand gerade die Wahrheit? Und das zeigt auch noch mal, wie wichtig diese dritte Instanz ist, die das dann zusammenfasst, bevor man da irgendwas klar konsumiert, weil offensichtlich beide Seiten mit Propaganda ihre Interessen vertreten. Und klar, nur weil die Ukraine natürlich jetzt auch irgendwie in die Propagandaschiene reingeht. Das machen alle Staaten. Auch wir sind davor nicht gefeit, natürlich in Deutschland. Heißt es natürlich aber immer noch nicht, dass deswegen irgendwie gerechtfertigt werde, was denen geschieht und sowas. Okay, das will ich jetzt wirklich 5000 Mal hier reinsagen, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass Leute sehr selektiv zuhören und ich hoffe, dass es wirklich bei den Leuten ankommt, dass man sich dessen bewusst sein kann und trotzdem emotional sagen kann, ich empfinde Empathie und es schmerzt mir, was hier passiert und nicht sagen, ja, die haben sich verdient, weil niemand verdient das. Aber es hat mir persönlich auf jeden Fall noch mal die Augen geöffnet, wirklich darauf zu achten, dass egal, was ich konsumiere, dass irgendwas Gegengechecktes ist. Und es ist jetzt alles rein privat, weil ich berichte nicht darüber, wer bin ich, um darüber zu berichten. Aber privat einfach war ich teilweise schon so, dass ich dazu tendiert habe, wenn jetzt irgendwas von der ukrainischen Seite kam, das etwas weniger kritisch aufzunehmen, als wenn es jetzt von der russischen Seite kam. Und diese Situation hat mir einfach noch mal ganz klar gezeigt, so, okay, du musst wirklich darauf achten, dass alles Gegengecheckt ist. Wie man merkt, das ist auf jeden Fall ein Thema, das mich sehr beschäftigt und das ist wirklich schon den ganzen Tag, denke ich, irgendwie darüber nach. Also ich finde es super krass, was hier passiert ist. Am Ende des Tages haben wir alle immerhin den Luxus, das Internet wieder ausschalten zu können und dann diese Situation hinter uns zu lassen. Wir haben alle den Luxus, so viel zur Linderung des Schadens beizutragen, wie es uns persönlich möglich ist und dann auch wieder Abstand davon zu nehmen. Wir stecken nicht physisch drinnen und vielleicht einfach zum Abschluss noch mal betonen, was für ein krasser Luxus das eigentlich ist, in dem wir hier leben. Gut, was sind eure Gedanken dazu? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.